gefunden werden kann. Und wir sagen nicht ohne Bedacht, dass dieser Einigung dann auch oder dieser Euro-Gruppe eine entscheidende Bedeutung zukommt. Ich glaube, die Formulierung dieser Euro-Gruppe kommt eine entscheidende Bedeutung zu, setzt sozusagen darauf, dass die Zeit sehr, sehr knapp wird und dass Samstag dann doch an Ergebnissen gearbeitet werden sollte. Ob das gelingt, kann ich heute nicht sagen. L'accord ist möglich. L'accord ist notwendig. Es gibt noch ein Unterschied. Es gibt noch viele Änderungen. Seit dem Lundi arbeiten viele Arbeit. Es wird besser. Herr Kornakobin. Wie du wissen, gibt es noch keine Änderungen zwischen Griechen und den Institutionen. Und es gibt noch keinen Änderungen in der Euro-Gruppe. Damit habe ich den Präsidenten des Euro-Grupp zu begrüßen, die Aufmerksamkeit betreffen über die Storia der Griechen-Nagosienationen mit Griechen. Die Aufmerksamkeit haben eine lange Diskussion und haben vollkommen Und wir sind sehr klar, dass die Situation und die Potenzialen consequenten. Wir sind auf die Unterstützung für die Institutionen und der aktuellen Prozess der Negotiations. Die Beleidungen haben gesagt, dass es keine 필요te für eine andere EU-Summit. Nicht morgen oder über den Wochenende. Die Beleidungen erwähnen, dass die Euro-Group das Prozess auf der Tag des Meeting, auf dem Sattel. Heute haben wir eine sehr lange Diskussion. Wir sehen uns jetzt die Maitrena.